Thinking about what I can do, or what I should do. Are you all right? Give me a little time to gather my thoughts. That was a lot to take in. I dragged him all over the place to show him the latest trends. But maybe I went a little overboard. Let's see. We've checked out all the new trendy spots. Was there one that caught your interest? What was that last one? I got mobbed by a herd of giant cats inside a room. Ah, the VR Cat Cafe. That was pretty crazy. It's apparently very popular with girls for their soothing effects. That was supposed to be soothing? Do youngsters these days find being buried in giant cats soothing? It was more like a nightmare. And before that one, we were trapped inside a tiny room and forced to do confusing puzzles. Right, the escape room. I thought that was pretty fun solving the riddles with vision. Well, I'm glad you enjoyed it, at least. Which means you didn't. Sorry, I should have researched better. No, I'm sorry to be complaining so much. It's not your fault. I just don't know how to enjoy them. I had no idea that amusement had changed so much. This is much different from the era I'm familiar with. To be honest, I can't keep up. I see. I'm sorry. Maybe we can grab something to eat to salvage the day. All right. But what to eat? I don't really eat here that often. They have a lot of different kinds of dishes here. What do you usually like to eat? Hmm. I'm not really very particular about my food. I guess I like gyoza, if I had to choose. Gyoza? Oh, they have some interesting-looking gyoza here. A new and popular dish the chef recommends. That's so. I don't really have a good feeling about it, but we came here to check out what's trending among the young people, after all. You don't need to force yourself. It's okay. I've made up my mind. Let's do what we came here to do. Thank you for waiting. Here is our restaurant's special variety gyoza platter. Please use any combination of these ten sauces. Enjoy! What is this? Green, yellow, red, black? Are these supposed to be gyoza? Seems like these are the restaurant's original gyoza. Apparently, they all have different fillings. Their shapes are just as strange as their colors. They see a round one, a square one. And this one has spikes. Is this what gyozas have come to in this day and age? I can't believe how much the food I once knew has changed. Hmm? They look weird, but they actually taste really good. Why don't you try one? Eat this? I'm not thrilled about it. But I can't stand here and waste food. All right. Hmm. You're right. This doesn't taste bad. It's not what I'm familiar with, but it's interesting. I'm glad you like it. Yeah, they look weird. But you can't know until you eat them. Maybe I was too wary because they seem strange. Pretty delicious. If you can appreciate these, that means you learned how to enjoy one of the latest food trends. Hmm. Just because these gyozas happen to taste good doesn't mean I've learned to adapt to this age. I think your ability to appreciate them is important. That you were able to get past the way they look. You may have a point. At the end of the day, people still enjoy the same types of things. Even if those things may have changed. Yeah, exactly. I may have failed choosing good spots for you today, but I had fun checking them out together. I wasn't able to enjoy the newest trends, but I did have fun walking around the city. I felt behind the times every time I experienced something new. Time may pass, but our true nature remains constant. Just that our perspectives may have changed. Mmm. That hit the spot. Thank you for the meal. You're finished eating already? You must have really liked those. This might be my new favorite food. I guess trying new things isn't so bad. Well, let's do this again sometime. That's fine with me. But please, no more of that cat cafe. I don't dislike cats, but it's unsettling when they're that large. Heh heh. Uh, sorry about that. Okay, we won't go there again. It seems part of it was a little too much for him. But I'm glad he ended up enjoying himself overall. I'm stating the obvious, but you're young. Well, I'm younger than you. I know I was young once too. I just can't really remember it. You should cherish this time while you have it. Yeah, he's the right Modesh-Nuckel. SRS, erholungstempo und Wächtervision. That's very good, if we all have all the bonding with everyone. The Wächtervision, over this cat's cafe. He wants to go back. I feel like I've learned about you too. So, bevor wir jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Klar, neue Objekte. Für alle gibt's mittleres Gelee. So viel Kohle haben wir aber gar nicht. Da geb ich zum Hammer. Was man kaufen kann. Erholungsanalyse. Schmetter-Effizienz. Und ja, natürlich Kostüme. Aber das ist mir ja egal. Hier wird nie was Neues dazu kommen. Wir könnten herstellen. Selbst das mittlere Gelee. Aber das würde ich kaufen. So, das ist mittlerweile so stark, wie es... Oho, Moment. Das wäre 22 stärker. Wir könnten den herstellen. Der ist gleich stark. VV3+. Aha. Nein, warte. Die Leute können das alles nicht tragen. Also, maximal 10 Charaktere gibt's hier. Gewichtshammer Psy. Aber Gewichtshammer V6. Wir haben das Rezept gar nicht dafür. Handschuhe. Handschuhe. Exklusiv die Amantarze T1. Aber mit den Waffennutzungsdaten. Welche hat er denn aktuell aus? Die hier. T2+. Okay, da brauchen wir dann das andere Waffennutzungsdaten. Natürlich. Und die Maiglöckchen-Dinger. Aber das ist das Aktuelle. Das kann sie auch nicht tragen. Waffennutzungsdaten können wir nicht... Können wir herstellen? Nee. Immer noch nicht. Geschenke gucken wir uns gleich an. Kostüm ist mir safe. Da ist auch nochmal was Neues dazu. Aber... Das ist way too much. Ich gucke das auch gar nicht mehr an. Gibt's neue? Ja. Können Antrieb beschleunigen. Wiederbeleben Erholung. Das ist ja dann... Während es... Oh! Nochmal 50%. Schneller... Wiederbeleben. Jo. Okay, klingt gar nicht so blöd. Waffen, Objekte, Kampfdinger. Wir gucken uns mal die Geschenke an. Das hier sollten wir zweimal herstellen. Weil zwei Leute lieben es. Und wir haben es noch keinem geschenkt. Das haben wir schon geschenkt. Oh, das... Achso, das gibt auch rotes Herz. Dann, wir wollen den verlassenen Tunnel um Welt A. Und mit Zuhör... Ich glaube, wir müssen einfach mal so random in die Gebiete reingehen. Doppelalterbücher... Doppelalterbücher... Können wir ihr schenken. Heldenfigur. Davon können wir einige herstellen. Das haben wir alle schon bekommen. Das können wir nicht machen. Auch nicht. Was können wir denn überhaupt machen? Nichts mehr. Was sind die ganzen DLC-Dinger? Okay. Ja gut, dann bin ich dafür, dass er einmal das... Ding ausprobieren. Du kriegst deinen Squass-Schläger. Mit zwei kleineren Geschenken könnten wir die Vertrauensstufe mit ihm erhöhen. Wenn er hier eh schon so der Trainingsmensch ist. Oh, ist ja cool. Die Geschenke, die sprechen ja auch die Hobbys und Interessen von den Leuten an. Oh, das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Passt. Ich habe dich nie erwartet. Oh? Was ist normal? Es ist sehr... Ja, und Vertrauensstufe 2. Perfekt. Teleportation in der Luft. Nice. Sogar, ich glaube, ohne Luftangriff, der normalerweise... Really? So, haben wir für dich ein Geschenk? Squass-Schläger. Wir haben noch zwei davon anscheinend. Also kriegst du einen und auf jeden Fall... Hanabe. Anscheinend spüren alle Squash hier. Können wir ein Team zusammenstellen. Ich würde die Teamvertrauensstufe erhöhen. Na, mit Lola steht auch mehr Zeug hier rum. So, brauchst du auch das hier? Ne, das hast du schon. Das haben wir zu oft. Lukas hat sein Geschenk. Möchtest du noch was? Hast du schon Stapelalterbücher? Ja, gönn dir. Okay. So, dann möchte ich hier die Grundtrainingsmission machen. Diesmal sollte das auch klappen. Weil wir haben... Ne. Quatsch, Moment. Wir haben... Wir haben Hellsicht und Teleportation. Ich weiß nicht, ob es mit Teleportation klappt. I'm always impressed by these training visions. They seem so real. Water attack. Getting wet limits your mobility, so be careful. Another is the one we're at here. What do you want to do? That attack worked. There must be a weak spot. We fulfill the requirement. We had an increase in level. So, I don't know how to do this. It could happen. We need a lot of time to reach the enemy. I don't know how to reach the enemy. And that's so many. No, that's not me. We need a special dude for that. Okay. 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 Wie ist das schönes? Ich weiß nicht, ob es im Krankenhaus auch geht, dass wir da Sidequests annehmen. Könnte sein. Ja, tatsächlich. Okay. Wobei ich mich eigentlich sehr ungern noch reintraue hier. Das ist ein Job für die OSF. Neuer Rekrut der 567. Teleportation können wir verwenden, ja. Für den Kameraden, klar. Machen wir. Und dann gucken wir noch schnell ins Café rein. Wenn wir schon hier bei der Sidequests Annahme sind. Also das Restaurant, Entschuldigung. Jo, das sieht doch nach zwei Missionen aus, oder? Große Schwester. Luxusöl. Klar. Und talk to them. Wildtierwissenschaftlerin. Und die gibt uns so Zeug. Na toll. Gut. Dann. Geht's zum nächsten Part weiter. Wie immer. Viel Spaß zu schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Zipeter. Ciao.